Guten Abend. Du wolltest, dass ich so schnell wie möglich komme. Hier bin ich. Gut, ich muss dich um einen großen Gefallen bitten. Ja? Ich hab' mir mal angesehen, was wir in nächster Zukunft an Banketten haben. Das Ganze ist nur Peters Schuld. Er ist ungeduldig, er hält nichts von langen Verlobungen. Ihr wollt also bald heiraten? Er will, dass wir am nächsten Wochenende heiraten. Wir lassen uns in Monte Carlo trauen und verbringen die Flitterwochen in Europa. Ich drehe mich nochmals. Ich drehe mich noch nicht unter. Ichautres kannst du noch nicht durchgehen. Ich drehe mich noch die Flitterwochen. Ich schatte mich noch auf dem Glinderkommer.